Ausgerechnet? Ja, jetzt bin ich aufgerechnet, was sie sagen. 33. 33 Festivals und Partys haben die beiden schon besucht. Liebes Brautpaar, euch begrüße ich natürlich als erstes herzlich willkommen zu euren freien Tagen. I found a woman, stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. Nun kommen wir zu dir, liebe Jacqueline. Ich frage dich, liebe Jackie, willst du mit Marcel dein Leben teilen? Für ihn da sein, wie in guten, wie in schwierigen Zeiten? Willst du ihn lieben und ehren, mit ihm lachen und feiern? Aber auch mit ihm bein und trauen? Bist du bereit, gemeinsam mit Marcel durchs Leben zu gehen? Ihn zu schützen, zu ihm zu stehen und den Respekt vor ihm zu bewahren? Bist du für immer dankbar bleiben, dass er an deiner Seite ist? Und diesmal ist, antworte bitte mit Ja, ich will. Ich, Marcel, liebe dich, Jackie, zu meiner Ehe. Marcel, du bist mein Schatz, mein Party-Buddy, mein bester Freund und vor allem die Liebe meines Lebens. Mit dir, wie wir es öfter schon gesagt haben, habe ich wieder gelernt, einfach zu lachen. Ich liebe dich auch dafür. Ich gehe dich auch dafür. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020